ja und damit hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen kleinen spielchen und zwar spielen wir hier VWising ich bin nicht alleine sondern der Kasheen ist hier mit dabei ja wir machen komplett neues spiel ich gehe nicht ganz blind rein also wir haben das schon ein bisschen gespielt ein bisschen ist gut aber es gab ein riesiges neues update neuer karte neue ausrüstung etc und das wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten ja soweit so gut sie sind jetzt am anfangslevel ich muss das erstmal alles sammeln looten das interface haben sie auch neu gemacht geil ich hoffe es ist nicht zu viel neues hier sonst blicke ich nicht mehr durch es ist viel schöner finde ich jetzt persönlich oh ja stimmt sieht anders aus oh nein sag bloß man kann jetzt hat customizen die ausrüstung oder wie soll ich das verstehen also das update war ja circa 3,5 gigabyte groß das ist schon ordentlich offizielle release ja vorher war es noch in der early ne und jetzt aktuell nicht mehr so so naja ein bisschen was kaputt kloppen hier die urnen wir haben das nicht anders verdient diese kleinen dreckigen so aber jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen ich kann ja nur einmal sliden hier so wir können das mal beanspruchen dass wir die quest jetzt fertig haben dann soll was herstellen ein knochen schwert und ein knochen ring ok töte feine mit dem knochen schwert so nicht drei stück erledigen das nehmen wir mal mit stein können wir nun ganz gut gebrauchen wenn wir bauen müssen sehr gut dann können wir das auch beanspruchen neuer vorteil zauberplatz freigeschaltet sehr gut die ratter nehmen wir mal mit die öffnen wir mal so bisschen stein paar so noch mitnehmen ok dann haben wir das auch zwei sekunden eine sekunde so dann haben wir das auch schon wieder fertig ok also man kann ja tatsächlich mal auch kontern bin da aus dem priethof heraus ok ok also ich stehe schon eigentlich so gut wie vor dem portal ich würde bloß sagen welche richtung du nimmst ich glaube hier noch ein bisschen rum ich denke mal osten osten ja richtung also in rechten dann ok rechten oh mits die sonne geht auf ist nicht so gut ja da ich ein vampir bin ist sonne nicht so geil die tut weh damit sich zu lange drin aufhält gar nicht so gut aber hier ist ziemlich schattig hier ist ja ein friedhof das war doch gruselbäume und so so osten na wie gesagt ja achievement ja wie gesagt hallo 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 mach mal wir wollen doch zusammen rum bist du eigentlich schon wieder nackt achso plan muss man mal schaust du aus alter bist du wild ja ja ich bin ein wilder chiselle oh guck mal das kreuz also dieser kreis wo man die zauber hat oh das sind ja sogar jetzt mehr oder mehr jetzt aber ich finde diese einstellung für clan nicht mehr wo ist das jetzt hier vorrat das war eigentlich alles mal an der seite das ist irgendwie weird dass das ähm wenn du escape drückst siehst du das aber dann siehst du auch die ganzen escape oder wenn du karte drückst oder sowas wie m oder sowas achso warte mal dann hast du oben deine ganzen system social wir haben das echt alles neu gemacht das schaut echt hübsch aus plan erstellen i like it äh i2 ähm wieso kann ich dir nicht mehr was sind das oh nein kann ich dir nicht wehtun achso blute blute hast du mich jetzt schon eingeladen frage für einen freund oh jetzt kann ich dich nicht mehr bluten lassen nein nein keiner hat's gesehen in der und ne 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 und ich die achso wieso es ist auch mit Boah, hab ich immer die ganze Zeit nur deinen Namen gelesen. Von was? So. Ich hatte mich glaube ich schon wieder gleich gemutet, weil ich einen Punkt geschrieben habe. Punkt ist die gleiche Taste für Muten. Im OBS. Im OBS. Aber nicht lange. Zum Glück. So. Entschuldigung. Ostwölfe. Da rennt gerade ein Wolf rum. So, mit einer Knochenaxt herstellen. Und eine Knochenkeule. Fertig. Zwei. Da kann man Holz schlagen mit der Axt. Sehr gut. Hast du dich schon komplett ausgerüstet? Ja. So, jetzt Holz sammeln und Stein sammeln. So. Für Stein. Einfach die Keule nutzen. Für Stein. Einfach die Keule nutzen. uns zu entziehen. 50. Ey. Ey. Wollt wie. auch gerade. Ey. Bei einer 82er kann ich nicht nein sagen. Ey. Ich hab noch gar kein Dings hier. Wie. Hast du noch gar nicht gemacht hab ich das. Das sind ja Sachen. Warte mal. Karte. Aber Ruinen von Morthium. Das ist schon mal geil. Aber. Na gut. Haben die die Karte auch wieder komplett neu gemacht. Wo war denn jetzt diese scheiß Mine. Dass wir wieder. Also wir waren irgendwo hier. Ne. Wir waren hier das letzte Mal. Oh. Guck mal. Du siehst sogar jetzt. Wenn du da den Marker machst. Siehst du deinen Weg? Ja. Das ist geil. Wollen wir uns aber diesmal vielleicht hier hinsetzen. Wohin? Da wo mein Marker jetzt ist. Da wo du jetzt als erstes da essentiell oder. Sind wir auch so. Oder wir setzen uns irgendwo hier hin. Ah dann. Dann wäre halt der andere Weg intelligenter gewesen. Und dann sind wir auch in der Nähe von der. Von der. Na obwohl die ist da oben. Recht. Na lass uns. Lass uns vielleicht da hingehen. Okay. Sind sie mal näher in der Mine denke ich mal. Ja. Ah hier haben wir schon mal. Oh. Ne Quatsch. Was ist das? Das ist. Ach Schwefel. Ne Schwefel können wir eh noch nicht abbauen. Und Cooper wahrscheinlich auch noch nicht. Oh da ist ein Ding. Guck mal da ist ein Fischloch und wir können auch keine Angel herstellen. Ne noch nicht aber es kommt ja noch. Da war ein Vieh. Da war ein Vieh. Mit der fetten Keule geht es hier rum. Ne nicht weg. Keine Spree Kids. Da war es aber schlimm. Ich muss auch mal trinken hier. Du schaust so barbarisch aus. Ich glaube du brauchst nichts zu trinken. Ich brauche wohl. Lebenssaft. Da hast du noch Wölfe. Das Blut meiner Freuden. Und. Blutlinien. Ebenwie tickert das bei mir nicht hoch. Mit den Blutessenzen. Nein. Nö. Warum ist das so? Noch 18 jetzt von 50. Ich bin bei 42. Hä? Was hast du gemacht? Warum? Tötet. Vielleicht. Blutgruppen. Und ich habe 42 Blutessenz immer in der Tasche. Ach deswegen. Ja. Ich habe 18 bloß. Ja. Ich kann ja dann einmal kurz rausschmeißen. Und dann. Es ist so widerlich. Sollten wir ja auch fertig sein. Wir müssen mal ein bisschen in die Richtung gehen. Es wird bald wieder hell. Wir müssen mal ein bisschen beeilen hier. Ja. Da ist ein Friedhof. Oh hier ist ein Blutlinien. Blutrosen. Sehr gut. Die brauchen wir. Hosen. Massig. Massig. Brauchen wir die. Also ich muss dir eins sagen. Als wir das Navi jetzt hat in der Minimap. Das wird dir echt gut tun. Ja gerade wenn wir in diesem Wald sind. Ja ich glaube da wird es. Vielleicht gibt es das dann auch gar nicht mehr so. Ach stimmt. Dann siehst du das ja trotzdem nicht. Weil es ja trotzdem alles weg. Bekraut ist. Holzhöhle. Ist da der V-Blatt drin? Ich brauche eure Hilfe. Ja da ist der V-Blatt. Du brauchst die Hilfe. Von was? Wegen was? Ich hab hier zwei Menschleins. Ich hab hier zwei Menschleins. Was du mal da bist wie eine Schlange. rum. Du bist der V-Blatt ey. Gnadenloser Kupferspeer. Den hast aber du wahrscheinlich dir. Ne den hab ich den Plan. Hahaha. Der schaut jetzt auch ein bisschen anders aus. Guck mal an. Warum hast du jetzt. Also hier schaut es echt ein bisschen anders. Die an der Karte auch umgemacht hier. Oh mein. Es scheint echt ein bisschen auch. Es scheint anders zu sein. Also es schaut auf jeden Fall lebendiger aus. Au au au. Sie brennt so. Können wir schön in den Schatten gehen. Oh fuck. Was hält der Hund aus? Was ist mit diesen Hunden nicht in Ordnung? Okay. Aua. Nichts drin hier. Oh die sind noch rot. Nicht so gut. Helfer. Möchtest du zu mir kommen? Bleib zu dir. Du hast doch hier gar keinen Schatten wo du bist. Alter. Was. Was ist hier los? Du wolltest doch Kiste bloß doch lieber. Gibt's doch so. Ich bin hier runter gesprungen weil der Weg hier unten lang geht du. Au 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 au. Oh man. Die Sonne ist so abarmungslos. So widerlich. Oh da ist der Ding. Der V-Blood Wolf. Ja. Aber ich glaube nicht dass wir den schon schaffen oder? Machst du den gerade? Nein. Ich möchte mich nicht. Nein. Ist aber auf mich. Hilfe. Ja der verfolgt von einer Rudel von Wölfen. So. Bist du Blutheilung gemacht? Sehr gut. Komm Jungs. Helft mir. Da ist der Alpha Wolf. Tötet ihn. Die werden ihn sicherlich nicht töten. Alles ihre Sippschaft hier. Ah. Puh. Ja also die V-Blood sind wie gesagt die Bosse hier. Hallo. Bin da. Oh Gott. Au. Ah. Was war das? Wo ist das? Wollte ich dir saugen. Abgebrochen. Ähm. Irgendwie kommen wir nicht zu unseren Punkt hin, wo wir ihn wollen eigentlich. Doch. Wir müssen hier lang. Ah. Was sind Navigationsschwierigkeiten? Nein. Wir sind immer abgelenkt von den ganzen Leuten, die was da kommen. Was meine ich das? Ich wollte schon sagen. Also der Weg zeigt das schon an, wo wir ihn sitzen. Ist doch noch einfacher als vorher. Nein. Oh nein. Also wer jetzt nicht wirklich verläuft, der ist. Also wirklich ein Schucka du. Ne Schucka. Ah. So wir sind zu Hause. Alles ist gut. Mein Kastel braucht mehr Blut. Oh. Hab schon mal Fundament gesetzt. Oh. Heiß. Heiß. Jetzt geht der Mond auf. Sehr gut. Okay. Dann bauen wir mal das... ...Mäuer weg hier. Wo ist denn jetzt hier Transfer... Ne ist denn... ...ja. Ein bisschen alles bisschen anders jetzt. Wie neu, jo. Das Baumenü haben sie so gelassen. Stimmt. Also es hört auf jeden Fall bis jetzt so aus. Sieht zumindest eckig nochmal aus. So. Dann kann man ja zumindest... ...schon nochmal ein bisschen bauen. So. Das komische Fundament muss auch weg hier. Guck mal, du kannst sogar den Boden färben jetzt. ...schon. Mal hab ich gesehen, ja. Krass. Krass. I like. I like. I like. I like. So. Das ist wohl schon mal das. Ähm. In welche Richtung wollen wir denn jetzt weiter bauen? Da können wir noch. Da können wir noch. Achtung. Hinter dir ist eine Spinne. Die. Das sind jetzt voll die. Hast du die, 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 die Spinneneier nicht gesehen? Na. Und der ist ein Totenkopf. Warum sind die alle so hoch hier? Das sind wir ja kleine Scheiße sind. Geh weg von mir Aber ich kann nicht mal Was soll ein Palisaden bauen Bände Palisaden So Das war schon mal das Oh Gott, die hält ja auch richtig aus Zack, die ist ja auch schon Auf dem Tonkopf Die muss auch mal weg hier Die spielt mich ein Ich bin ein Kokon Kann ich leider nicht rausholen Ach du Scheiße War vielleicht keine so gute Idee Du hast doch weggekriegt Ich weiß nicht was du hast Oh Gott Fundament Machen wir doch mal gleich hier Ein bisschen weiter Beansprochen Ähm Produktion Und mal da Das wie ich fixe hin Feuerschale steht auch schon Kommt herher Oh Mist Das zählt nicht Die Palisaden Hä Das zählt nicht Wenn du das baust Wir müssen noch genügend Palisaden bauen Ja aber ich meine ja nur Zählt halt nicht Tag brecht gleich an Ich weiß gar nicht wie weit kann man denn den Boden jetzt noch nach hinten bauen Ach da haben wir ja noch genügend Platz da hinten Sooo Dann haben wir uns das schon mal hier Und wir können ja schon mal Türe bauen Schale tu deinen Zweck Ja Dafür habe ich dich gebaut Nebelschale Die muss die ganze Sonne wenigstens nicht so ab Aber das ist gut Was haben wir denn hier Hm Na ja ein bisschen was haben wir ja schon gesammelt Ich mach erstmal das weg Und das Papier weg Ähm Platziere eine kleine Das wenn ich die aufnehme hier Müsste leider mal kurz entfernen Was soll ich das Ne es reicht nicht Shit Ah warte genau Platziere Wir kriegen ja 100% wieder Hoffe ich Okay Der Altar der Erinnerungen ist wieder zurück Was ist denn Altar? Altar der Erinnerungen Ich glaube den kennst du nicht Das war früher Für das V-Blatt Früher musstest du an den Altar ran Ja Um mit V-Blatt auszusuchen Achso Okay Und Jetzt ist Der wieder da Anscheinend Okay Okay Na ja Done Wir sind Wir sind Drei so erhöht eine ausrüstung stufe in die bestärkere ausrüstung hersteller klar blutknochenregen kann man auf jeden fall machen der sechs den immer schon mal mit ganze ding reingebischt habe ich hab doch noch hier knochen und so was rein gemacht okay das wäre schon mal das so dann heißt es blutverfolgung nachtschrat west ist es zwei aktuell ausgerüstet 3 dafür bräuchte man dann aber normales leder was ich denn normales leder ja ach du heilige ok naja ist nicht so schlimm das und das und das brauchen wir noch blub 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 so sehr gut äh was ist das alter erinnerung ermöglicht es alle zauberkräfte neu zu belegen ok okay aaaaaaa okay i see i see damit kannst du so haben die das gemacht damit kannst du zurücksetzen deine punkte dann kannst du neues gillen in anführungszeichen so gesagt aha aber dann stimmt das mit den v-blatt doch nicht was ich erzählt habe dann ist das doch noch das alte ding nächste wir sollen den v-blatt jetzt killen der ist wo ist denn der jetzt da hinten naja wandert ja immer der ist hier hinten komm lass uns den erstmal schnell wachen dann haben wir das nächste fertig ich wollte schon mal in die wolf form lol guck mal hier sind sie auch gelb hier gut wo ist er wo ist er oh da hinten lang ok unter den wölben ich bin doch voll in unsern alten zielstand drin ja jo oooohh er will mich fressern sauge ihn aus dann saugen sie mal ja jo knochis aber die haben knochen gesammelt hier das monster wilfer gewesen spiegel jage weitere v-blut entdecke neue zauber sprüche und rüsse sie im menü zauberbuch aus mhm oh guck mal kaley frost welchen wollen wir als erste von den 20ern nehmen wir haben erroll den steinbrecher rufus vorbeiter das ist ding ich würde sagen erstmal erroll in der kiste dann in der mine ja oh gut in der nähe ach stimmt ja haben wir ja die wolf form wieder auch o a a a a a a ok blup da tut noch mal papier drin er warte da können wir hier rein und 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 geld habe ich hier auch noch Wie wollen wir das dann eigentlich machen? Warum wollen wir das so wie im alten Spiel machen, erst mal so ein Zwischending und so ein Rädchen, ja. Und dann wieder die Hauptbasis in den schönen Spot reinknallen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde wahrscheinlich hier den Boden gar nicht hinstellen, dann haben wir ab und zu mal hier Kupfer stehen, ne? Ja. Wenn das dann zurückkommen sollte. Wie viel kann man denn jetzt decken, alter geil. Oh nein, die Sonne kommt später. Ich hasse Sonne. Auf jeden Fall ziemlich viel, weil du kannst, ich habe jetzt über 1000 Dinger, ähm, Knochen auf einen Stapel. Ich habe 2500, über 2500 an Stein schon in einem Stapel. Vorher war 500, ne? Mhm. So. Naja, gut. Jetzt müssen wir noch entdecken neue Zauberer. Ja, das, die Powerblatte müssen wir dann machen. Die anderen. Das mit der Erol. Erol. Da musst du hier ein paar stecken, obwohl das halt nicht. Au, 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 au. Warum hat man das als Vampir so schwer? Ja, das weiß ich auch nicht. Holz, Stein etc. kann man alles nicht genug haben. Davon muss man sehr viel haben. Unmasse brauchen wir davon. Es reicht doch erstmal für den Anfang, oder? Ja, es ist groß genug. Wenn es dann eh umgearbeitet wird in... So, das kann hier arbeiten. So, Produktion. Was haben wir denn jetzt alles noch an Produktionssachen? Dominanz haben wir den Spiegel. Veredelung. Das Buch haben wir auch schon gefunden. Das Kupperspeer. Interessant. Letzte Steine haben wir noch nicht. So, da kann man Herzen quetschen für die Blutessenzen. Brauchen wir hier, damit das Ding nicht so schnell verfällt. Ein Tag, 15 Stunden. 1500 ist zum Beispiel von Felders Max, sehe ich gerade. Na ja, 3000 von Stein und Holz. Oh, weiß, was ich gerade... Nee. Sorry. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Rüste eine Tasche aus, um dein Inventar zu erweitern. Haben die die Dinger weggemacht, die Minitaschen? Sieht so aus. Ich habe schon mal geguckt, ja. Man kann es auf jeden Fall nicht mehr... Wollen wir ihn... Wollen wir ihn jetzt gleich machen? Ja, es ist gerade mal dunkel, ja. Hast du genügend... Ratten? Naja, ich habe Blut. Ich muss Blut saugen. Und Ratten habe ich 6 Stück. Ich meine, ähm, ungezieht verpasst. Entschuldigung. Nö, habe ich gar nicht. Hast du welches? Ja, natürlich. Woher denn? Kannst du in dein Inventar herstellen. Ja, stimmt. Dammit. Hättest du mal was sagen können. Viel doch. 6 Stück kann ich auf jeden Fall machen. So. Oh, zum Wolf werden hier. Oh, zum Wolf werden hier. Wie ist das. Du dreckiger. Au, au, au. Au, 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 au. Oh, den kann man mitnehmen, der ist höher, als das ich habe hier unten. Man sieht das hier. Das ist aber gar nicht mehr so angezeigt. Jetzt haben wir primär Angriff, Lebensraub. Das ist zwölf. Bisschen 40er hätte ich ja doch schon mal gerne mitgenommen gerade. Oh, du bist 94, Alter, komm her. Kleiner Schrocke. Oh ja, du kleiner Schock. Ja, das war so. Herrlich. Das ist ganz ein Thron geplündert hier. Du bist wirklich schon messy, ey. Moment, stopp, 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 stopp. Wer hat hier diesen Lootfinger von uns beiden? Ja, jetzt gerade ja wohl nicht, wie es mir scheint. Ich genieße gerade, dass du ein bisschen abgelenkt bist. Dass ich dann auch mal wenigstens was unter die Finger bekomme. Ansonsten ging ich immer näher aus. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin, da mal? So, Mine, haben wir doch gesagt. Da ist doch der E-Roll drin. Oh. Du bist falsch gelaufen. Oh, ich hab mich an dich erhalten. Oh, sind hier noch mehr geworden jetzt hier? Weißt du? Oh, ist ja fürchterlich. Oh, nein. Kampf mir ab, Alter. Ja. Ha, 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 ha. Habt ihr jetzt davon? Machst du eigentlich auch Schorki? Ja. Hat sich ausgeschorkt. Das ist voll merkwürdig. Ich will meine ganzen Skills gar nicht hat hier. Meine schöne Waffe und so. Hm? Meine schöne Waffe hab ich nicht mehr und so. Alles weg. Achso, du jammerst immer noch hinterher? Ja. Ja, wer weiß, was dann jetzt als Nächste kommt. Kannst du mir hier mal helfen, oder was machst du jetzt? Ich war schon in der Höh-Ding, ich war schon im Eingang drin. Ich war's gar nicht. Ja, also, warum soll ich dir helfen? Du bist doch alt geniebt. Nein. Find ich nicht. Geh doch mal weg. Ja, tja. Ja. Rotten euch alle aus, ihr kleinen, dreckigen. Geh los, jo. So, der Typ befindet sich in der Mine unten drinnen. Guten Morgen. Oh. Als hättest du's gewusst, wa? Ja. Wo ist er? Er hat doch versteckt. Voll ins Lärme geschlagen. Spätere Verhältnisse. Ich hab hier Wert, hab hier Funktion. Perfekt, verstärkte Knochenarmbrust. Und Pollen. Das ist echt widerlich. Was? Widerlich. Was? Dass du hier sowas findest. Bin ich nicht in Ordnung. Jetzt haben wir schon mal das Kopf vor ein bisschen. Lärme geschlagen. Voll eins mit der Keule, alter. Hau ich dir alle rüber. Keine Kraftausdrücke. Lieber Herr Sadio. Ja, du ist ein kleiner Dreckigart. Da ist nix Schlimmes dabei. Du bist halt schmutzig von der Minenarbeit. Ja, was reininterpedieren. Oh, hier ist ne fette Goldruhe. Die darfst du noch nicht öffnen. Du bist noch zu low dafür. Echt jetzt? Ja. Du Spindelbolzen. Oh, ich werd geschlagen. Hilfe. Hör mal. Auf jetzt. Hier. Oh, Mann. Kennen wir ja auch nischt. Gar nichts. Sag mal, gibt's hier eigentlich noch Kaffee nochmal? Gleich halt. Ich soll schon wieder Kaffee kochen? Ja, den V-Blatt machen wir jetzt noch. Und dann haben wir schon mal die erste Folge. Wenn ich sag mal beenden müssen. Bei 50 Minuten. Was? Schon wieder. Mal gucken, ob du den noch kannst. Nee, wahrscheinlich nicht. Das bist du. Wurde dich schon. Schlagen. Oh, hör'n sie doch mal auf. Hahaha. Denkste dir? Gulle. Oh, hör'n sie doch mal auf. Dann auch Spannepriester. ja 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 gleich bist du tot sauge dein oh die Beutel schon auch anders da jetzt aus für dich ist es vorbei das war's mit Errol aber den werden wir öfters mal noch sehen wenn wir hier an der Mine Kupfer schlagen dann ist der nämlich immer wieder da also ja so was haben wir denn bekommen was soll das denn Zauberspruch freischalten ach du musst doch separat freischalten hier nehm ich mal das hier wollen wir dann als nächstes Blut verfolgen die Frostbocken schützen wieder hier wahrscheinlich ne damit wir ja machen wir dann in der nächsten Folge ich sag vielen Dank fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge dann bye bye tschüss und komm wir so